Hey Freunde der Nacht! Willkommen zurück zu Rayman und ohne Unterlass gehen wir das Dach der Welt. Ich bin gespannt, wie das Level aussieht. Der Name klingt schon mal verheißungsvoll, der Skript nicht. Hi! Was zum Henker? Au! Hi! 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 Komm! Au! Muss ich? Komm! Hüpf mich! Hüpf! Komm! Oh! Kann man jetzt... Ah! Lustig! Ich kann... Ja doch, ich kann feuern! Aha! Aha! Kann man auch irgendwie... Oh Gott! Ja, es wird schneller! Warum erwische ich diese Viecher nie schnell? Wo? Hallo? Ist natürlich auch schlecht. Oh Gott! Also Rayman macht die gleichen Geräusche wie ich während der Fahrt. Sehr erbaulich. Jetzt... Oh Gott! Ja! Ist auf jeden Fall lustig. Aber man kann doch irgendwie beschleunigen hier. Komm, das... Dunk! Hm. Wie so ein Rail-Shooter. Panzer Dragoon Order oder so. Cool, wenn das ganze Level jetzt so ist, ist das natürlich schön faul. Ja. Genau. Achtung! Eindringling! Krrrr! Fang ihn! Äh, hi! Ach nee! Jetzt muss ich erstmal... Hier und so. Katsch! Aufladen! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Was... was zum Teufel wirft der? Äh! Ist natürlich nicht so cool! Gib mal weg! Äh! Lass mal das! Hey cool! Das... wieso trifft das? Das schaffen wir! Ja! Okay! Mhm. Äh... Was ist das? Kennt ihr Serious Sam? So klang das gerade, wie diese... Wie heissen sie? Na ihr wisst schon. Äh... Jetzt erstmal chillen. Äh... Äh... Ja, komm! Hau! Äh... Äh... Hey, wir sind richtig! Okay. So... Grün... Irgendwer... ...schreit nach Hilfe... Hi! Noch so einer! Er blinkt nicht, wenn man ihn trifft. Aber man zieht ihm auch nur mit Großwasser ab, oder? Nee! Geht auch so! Naja! Wieder was gelernt! Hi! Danke! So... Kann man hier irgendwas Verstecktes noch abgreifen? Hm... Also... Die brauchen wir für irgendwas. Hey! Hüpfe die Hüpfe! Lass mich raten! Da könnten wir rein? Jetzt erstmal... Hi! Aha! Ist auch ganz interessant. Jetzt wartet mal! Wir sehen uns noch in der großen Lagerhalle um... Wo uns die hinbringt. Was hat denn er bewacht? Den Weg nach oben? Also... Keine Ahnung. Äh... Ah! Ah! Oh Gott! Das sind ziemlich lustige Griechner! Nicht! So! Jetzt haben wir hier jede Menge Zeug! Und... Und da kannst du hier etwas interessantes Griechner sehen! Und... Und... Auf der anderen Seite... Und... Wenn du nach links schauen... Da ist etwas Schitter dort... Und wenn du nach rechts schauen... Da ist etwas Schitter dort! Also, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Geht aber nicht. Dazu brauchen wir wahrscheinlich die Wumbe. Komm, die müssen wir nicht wirklich bis daher tragen. Das ist ja auch Beiste und so. Äh, gibt's da noch was? Nö, da kommen wir her. So, dann schauen wir mal. Oh, das geht sogar. Jetzt, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte sehen, wo uns das andere Zeug hinführt. Deswegen sind viele Rollenspiele auch nichts für mich. Doch, das glaube ich, habe ich schon mal erwähnt. Weil ich da immer das Gefühl habe, einen Teil zu verpassen. So, wir konnten dahin und dahin. Jetzt gehen wir... Gehen wir mal dahin. Und schauen, wo wir dahin kommen. Gut, der fliegt und siegt. Was ist denn hier? Aha. Da könnten wir... Also, da müssten wir irgendwie mit der Bombe hin, aber... Mit der Bombe können wir das... Außer... Ja. Doch, ich möchte wissen, was das ist. Deswegen gehen wir da mal hin. Komm mal mit. Wo ist denn die Bombe? Komm her, du Fass. Wir waren halt mal beim Abschluss, weil wir hatten unsere lustigen Abschluss-T-Shirts. Naja, falsch. Die in Weiß waren, was ich jetzt schon nicht cool fand. Auf jeden Fall, sie waren Weiß. Und eine Bekannte, eine Freundin von mir da, hat mich mal gefragt, und wieso ziehst du das nicht an? Weil auf unserer Abschlussfeier das jeder anhatte, hat sie gesagt, ja, weil sie damit aussieht wie eine Tonne. Also, kam ich jetzt irgendwie von Fass drauf? Beleidigt vielleicht Frauen nicht so bitte als Fass oder Tonne. Kugeln ist vielleicht lustig. Ich rolle rum. So, jetzt komm. Auf geht's. Das klappt. Das klappt. Okay, guck. Hä? Okay. Irgendein Sekret? Ja? Hä? Sag ich es nicht? Hä? Wer? Wie? Oder was? Bitte? Ja, schon. Okay, aber was machst du? Hm. Wo ist er denn hin? Er rennt? Also, er rennt in die Richtung, in die ich ihn gerne haben wollen würde. Komm. Mio. Hm. Ich schaue, ich möchte mich jetzt gerade interessieren, ob der einen Schatten hat. So wie der Punkt, den Raymond hat. Aber anscheinend nicht. Hm. Welche? Vampire waren es, oder? Vampire haben keinen Schatten. Du Vampir. Du gemeiner Blutsauger. Ach, nee. Gut. Nee. Das war's für mich noch nicht. Wir gehen da gleich durch. War gut zu wissen, dass es eigentlich Absicht war. Aber da freut man sich einmal. Hey, cool. Vielleicht habe ich irgendwie was ganz Verstecktes gefunden. Und dann nur so ein Käse. Schon ein bisschen enttäuscht. Jetzt schau mal, was hier ist. Komm, lass mich mal runter da. Ach, nee, oder? Verarsche. Hi. Ich habe dich genau gesehen. Jetzt muss ich dich nur noch irgendwie kriegen. Zack. Ach, herrje. Wie langweilig. Ein paar mehr versteckte Details hätte ich mir jetzt schon gewünscht. Ha. Oh. Auf geht's, auf geht's. Nein, halt. Nicht hier. Ich hätte mich auch einfach an den roten Teppich halten können. So. Und weg. Ja. Gut. Ein minder interessantes Level abgeschlossen mit einer minder großen Video-Länge. Na ja. Weiter mit Enter-Klopfen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.